so da sind wir jetzt wirklich bei der allerletzten aufgabe von dieser woche nämlich als abschluss diese woche nämlich wieder bekommen wir noch ein skin outfit nämlich von dem kliver die rote variante und dafür müssen wir in einen tank tank steigen aus mit schlürfsaft aber wir müssen den skin anhaben heißt klipp und klar das ganze mache ich aber nicht alleine der markus auch noch dabei die meisten dürfen eigentlich jetzt kennen schon wir müssen in den spinnt und wie gesagt du musst diesen skin haben bekommst du im battle pass auch wenn du den nicht die große variante gekauft hast vom battle pass auch wenn du die klein hast du bekommst im laufe der zeit also falls sie noch nicht hast was aber was möglich sein kann warte ich muss gerade gucken battle pass stufe wo kriegt man den ja wo ist er wo ist er wo ist er wo ist er da also erst mit battle pass stufe 20 wirst du bekommen wenn du noch kein level 20 bist dann musst du dich halt gedulden bis du halt eben level 20 bist weil dann kannst du logischerweise erst mit diesem skin da hingehen so ich würde sagen wir gehen auch direkt rein in die runde wie gesagt der marco weiß genau wohin ich weiß auch schon wohin das sind halt diese zwei großen tanks bei slurpee aber ich weiß nicht genau wo aber er weiß es halt so dann natürlich dankeschön für jetzt 1350 abonnenten also meine abonnentenzahl hat sich mal gerade fast fast verdreifacht innerhalb von einer woche also schon wirklich krank natürlich immer wieder willkommen den neuen auch dank an die die alle in die kommentare reinballern ohne ende auch die den like button vergewaltigen ich kann immer wieder nur danke sagen besonders morgen werde ich danke sagen weil da werde ich den skin verlosen ich hoffe gut trüberin bleibt drin weil dann wollen natürlich die meisten wahrscheinlich den haben aber falls du den schon hast ist auch kein problem dann schenke ich dir einfach was anderes irgendwas werden wir schon finden so dann würde ich sagen gehen wir auch jetzt mal rein in die aufgabe ich gucke schon mal gerade auf der map ich habe ihm schon gesagt er soll es bitte genau markieren ich glaube er sucht gerade noch er hat es gefunden jetzt hoffe ich halt nur dass da kein gegner landet oder sonst irgendwas bots können von mir aus gerne landen das ist mir relativ egal aber ich hoffe halt einfach keine gegner aber von der fluglinie her müsste es eigentlich weit genug weg sein also wie gesagt mit level battle pass stufe 20 bekommt ihr erst hier den plauden skin also wenn noch kein level 20 bis einfach geduld haben spiel einfach weiter vorzeit alles kommt von alleine halt nicht auf kampf versuche halt die aufgaben so weit wie möglich zu machen weil das gibt halt jetzt richtig ep so ich sehe hinter uns schon fallschirme ich hoffe die jeden nicht da hinten hin wenn es löp ist halt echt beliebt so scheinbar ist das hier in der großen fabrik da kommt schon ja marken jetzt ja eigentlich auch den skin anziehen können ist unten drin ich meine ja so alle jetzt auch nicht kommt nicht da hoch warum baust du da und aufgabe geschafft wie gesagt ihr müsst einfach einmal hier in diesen tank rein springen dafür muss hier oben die kappe weghauen und schon habt ihr es wie ihr seht jetzt haben wir uns nämlich auch schon verfärbt gegner kommen auch schon und ich hoffe ich konnte euch wie gesagt schon damit helfen und in dem sinne sage ich schon mal haut rein viel spaß jetzt mit dem roten skin davon und haut rein und wie gesagt aber nicht vergessen wenn ich dir helfen konnte